Da bin ich wieder, das Bild war kurz eingefroren, Multiplayer, Planung etc. So, da haben wir unseren Programmier-Blog, die Zeitschaltuhr rein, und dann brauche ich wenigstens ein Display, das wäre mir ganz angenehm. Wenn wir das hinkriegen, Materialien dafür reichen. Okay, dann machen wir folgendes. Hier machen wir Ausrufezeichen davor und dahinter. Und der Programmier-Blog geht unter Bearbeiten in den Workshop. Da haben wir abonniert, und zwar Automatik-LCD2-Skript. Die Zeitschaltuhr geht auf Silence, eine Sekunde, wir erstellen einen Befehl, Rechtsklick ohne Argumente, Rechtsklick starten. Welche Reihenfolge er das macht, ist dabei völlig irrelevant. Wir starten das Ganze. Haben wir hier das LCD, das wartet hier auf Kommandos. Es kriegt natürlich Kommandos. Und zwar nennt sich das Kommando Inventory S, äh, Sternchen 3. Und zwar Or, äh, Semikolon für ein Freizeichen Echo. Also, Semikolon, Echo, Semikolon ist quasi eine Zeile drunter. Und dann machen wir noch Cargo. Cargo, so. Wenn wir hinter diesem Ohr einen Doppelpunkt setzen und eine Maßeinheit, also eine Mengeneinheit, zum Beispiel 10.000, wird uns das mit Balken angezeigt. Da haben wir's. So. Wir wissen mal, was wir haben. Und was wir noch brauchen. Was fliegt da schon wieder rum? Da haben wir Escort. Wir haben jetzt Nickel. Da nehmen wir mal noch ein bisschen was mit. Da können wir mal noch ein bisschen was finden. Dann können wir mal sehen, wie viel. Ja, 140, 160. Soll uns erstmal reichen. Den Anfang. So. 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 Kleine schon, um zu schauen, ob sie nach dem Update Korrekturen wieder reingemacht haben, dass die Schütze wieder an der richtigen Stelle sitzen. Natürlich hoffnungslos überladen. Ich muss aber nicht daran hintern, dass wir einen Reaktor noch bauen. Noch schneller gebremst, wie ich dachte. Gas geben. Freuzweise. Ich hasse diese Dinger mittlerweile. Hasse ich sie richtig in die Pest. Ich will den Scheiß nicht haben. Das meiste, was sie machen, ist Performance kaputt. Das Spiel soll schon nur für den Singleplayer optimiert es nochmal Nickel. Ihr kriegt ja die Tür nicht zu. Okay. Da mal ein Koordinätchen. Nickel und Eis. Wunderbar irgendwie da. Kleiner, den. Kleiner. 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 Kleiner ist ja gar nicht. Allerdings dachte, der ist viel näher ran. Auch nicht jetzt. So kann man sich täuschen, ne? Da oben näher ran. Ja. ocken. Das ist der Anteil. Der Anteil sah auf jeden Fall näher aus. Und jetzt sind wir bei dem hier gelandet, der eigentlich weiter weg aussah. Haben wir denn da? Uran und Gold. Uran, ja, Uran. Können wir nochmal was mitnehmen? Gold können wir auch nochmal mitnehmen. Okay. Hast mich überriegt. Uran und Gold. Du hast... Irgendwas wollte ich. Kamera. Kamera wollte ich. Kamera. Lass die da hin, natürlich nicht. Lass die da hin, natürlich nicht. Aber da passen. Warum bist du? Natürlich schon. Einmal, noch einmal. Wo geht das? So kann man das lassen. Licht an. Ziehen wir uns die Kamera hier ein. Nochmal ein bisschen... Nochmal ein bisschen Gold. Vielen Dank. Mal die 100 mit dem Uran voll, würde ich sagen. Können wir ruhig nochmal eintauchen. Naja, Polter, die Polter. Ich hoffe, dass wir bald ein anderes Schiff bauen können, dass wir ein bisschen Sauerstoff haben. Die Geräuschkulisse auch eine andere ist. Ich finde das immer klasse, diesen Wechsel von fast taub, nichts hörend, bis hin dann halt realistischen Rutschen. Ah, da ist es. Ich habe auch ein Träumchen, wenn das hier so zu sehen ist. Schick. Oh, ein Taubein, ja. So, wie viele haben wir da? 60, da geht es. So, was haben wir da? Ja, das reicht mir. So. Hergekommen. Mal hin. Also, was war es. So. 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 Kleine, auch noch mal spizieren. Oh, der ist voller Nickel. Mal einen Punkt setzen. Für Nickel und Uran. Schauen wir mal zu diesem kleinen Haufen. Welcher von euch ist in der Nächsten zu sagen? Mal den da zuerst. Bremsen? Silikon. Sehr gut, ist schon gekauft. Apropos Cargo. Was? Null? Was? Komm mal, und? Ich dachte schon, äh, zeigt Null an. So. Licht bitte und hier auch sehr viel Silikon. Jetzt machen wir mal Coordination. Silikon. Da brauchen wir auf jeden Fall was. Jetzt wächst da Produktion. Silber brauchen wir, wie es ausschaut. Ist. Wow. Weiter mal. Steine durchjagen. Ich habe da vorhin hier ganz anders ranzoomen können. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich hätte es vorhin richtig nah lesen können. Schwachsinn ist das. Gut. Oh. Ich bin noch ein bisschen mit. Kann nicht schaden. So. Dann haben wir das. Da sind wir hergekommen. Es waren doch drei andere. Ich bin hierhergekommen. Was haben wir da? Nee, da bin ich hergekommen. Das passt schon. Ah, da ist er. Den habe ich gesucht. Ich habe die Anordnung ganz überblickt. Aber das passt so. Ich bin hierhergekommen.